Vom 19. bis zum 22. Februar 2020 findet in Berlin der 34. Deutsche Krebskongress statt. Es ist der größte Fachkongress in der Onkologie im deutschsprachigen Raum. Rund 10.000 Ärzte, Pflegende, Gesundheitspolitiker und Patientenvertreter werden sich über die neuesten Ergebnisse in der Krebsprävention, Krebsdiagnostik und Krebstherapie austauschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Kongresspräsident lade ich Sie im Namen der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe sehr herzlich nach Berlin ein. Vielen Dank.